Hast du schon gehört? Luciano spendiert Loco Chicken for free. Ich hab euch was Schönes mitzuteilen. Wir eröffnen am 17.08. in Düsseldorf unseren neuen Loco Chicken Store. Am Samstag um 14 Uhr eröffnet Luciano seine nächste Loco Chicken Filiale. Diesmal in Düsseldorf. Und es wird nicht nur gratis Loco Chicken geben. Es wird free Merch geben, es wird free Loco Chicken geben. Und natürlich bin ich persönlich auch da. Ich freue mich auf euch. Kommt alle vorbei in Düsseldorf am 17.08. Loco Chicken, lecker, lecker. Luciano ist selbst vor Ort, macht mit euch Selfies und gibt Autogramme. Aber es soll auch einen Special Guest geben, der bisher noch nicht verraten wurde. Wie viele Filialen haben wir in Deutschland? Ein Jahr hat doch 300. Nicht ja, Filialen. Achso, Filialen? Diesmal also eine Filiale in Düsseldorf. Die Eröffnung ist am Samstag, den 17.08. um 14 Uhr. Die ersten 100 in der Stange bekommen freies Merch und kostenloses Loco Chicken. Ich freue mich auf euch. Ich werde auch persönlich da sein. Ich will euch alle sehen. Loco Chicken in Düsseldorf. Für mehr Rap News macht das Plus weg und folgt unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden. Geil.